Finger weg von BH Cosmetics. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tee hot, denn BH Cosmetics ist wieder da. Falls ihr nicht wisst, warum der Tee hier hot ist, BH Cosmetics hat im letzten Jahr Insolvenz angemeldet. Nicht die klassische Insolvenz, wie wir sie hier in Deutschland kennen, sondern es gibt einmal BH Cosmetics, glaube ich, am Ehre. BH Cosmetics hat Insolvenz angemeldet in Amerika und nicht in Deutschland. Aber dadurch, dass BH Cosmetics in Amerika Insolvenz angemeldet hat, ging das, glaube ich, auch so ein bisschen nach Deutschland über. Und BH ist auch unter anderem aus dem DM geflogen. Und dann haben wir uns ja alle lange Zeit gefragt, warum und was passiert jetzt mit BH Cosmetics, bis auf einmal Make-Up Revolution da war und BH Cosmetics aufgekauft hat für sage und schreibe. Es ist natürlich folgendes passiert. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Also, bevor ich ins Detail gehe, ich habe ein paar Produkte von BH Cosmetics gekauft, die ich heute mit euch testen möchte, um herauszufinden, was ist hier los? Sind die Sachen noch BH Cosmetics gut oder geht es jetzt Richtung Make-Up Revolution? Das finden wir heute raus. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mit euch einmal kurz so ein bisschen diese Grundlagen bespreche. Absolut gar kein Hate. Ich probiere einfach nur das zu berichten, was ich aus dem Internet gefunden habe. Aber Revolution hat BH Cosmetics letztes Jahr, ich glaube, im Sommer gekauft oder im Spätsommer, irgendwie sowas. Und dann ist BH Cosmetics aus dem DM gegangen. Komplett aus den Filialen. Es kam aber nochmal was online. Und ich dachte mir, okay, sie haben einfach Restbestände, die schon produziert waren, einfach an andere Retailer verteilt. Also DM online. Pyrish hat, glaube ich, was bekommen, was völlig, völlig fein ist. Ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt, was passiert jetzt? Weil BH Cosmetics wurde nicht dicht gemacht. Die BH Cosmetics Webseite gab es die ganze Zeit. Da steht mittlerweile auch Make-Up Revolution im Impressum drin. Jetzt kamen aber neue Produkte auf die DM Webseite, die ich euch neulich gezeigt habe in dem Haul. Und ich habe sie mir bestellt, weil ich wirklich herausfinden wollte, wie sind die Sachen. Und merkt man schon Unterschiede. Ich habe was ganz Spannendes herausgefunden. Bevor wir aber über die Produkte reden, freue ich mich, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Und falls ihr Lust habt, dass ich ein bisschen genauer hinschaue bei verschiedenen Make-Up Brands, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst dem Video und dem Kanal gerne ein Abo da. Und einen Daumen nach oben, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Es gibt neue Travel Paletten. Es gab früher diese großen, ich glaube, es waren 18 Fännchen Paletten. Und jetzt kamen neue raus mit vier Farben. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Ist das schon Make-Up Revolution? Und das ist es nicht. Hinten steht nämlich tatsächlich noch drauf, Distributed by BH Cosmetics California, BH Cosmetics Wuppertal Germany. Das heißt also, das sind Produkte, die noch mit BH Cosmetics Germany bedruckt wurden. Und dann habe ich noch ein bisschen genauer hingeschaut. Und das sind Produkte, die im Juli 2021 produziert wurden. Was per se wirklich nicht schlecht ist. Das ist anderthalb Jahre her. In der Zeit war aber auch diese Insolvenzgeschichte. Und es wäre doof gewesen, die Produkte rauszubringen. Und scheinbar wurde das geklärt und sie haben die Produkte jetzt rausgebracht. Und die sind wirklich, wirklich süß. Ganz wichtig, das sind also noch BH Cosmetics Produkte. BH, BH Cosmetics Produkte und nicht BH Cosmetics Make-Up Revolution Produkte. Demnach haben wir das Ganze schon mal aus dem Universum geholt. Wir haben aber vier Lidschattenpaletten. Und ich zeige es euch einmal ganz kurz. Wir haben einmal die kleine Shadow Quad Lidschattenpalette Egypt. Mit vier Farben, zwei matte und zwei schimmernde Farben. Wunderschön. Das Packaging ist typisch wieder in den BH Cosmetics Travel Design. Vorne ein Bild von, in dem Fall Ägypten. Und hinten stehen da ein paar Informationen und noch so ein verführerischer Text mit drauf. Mit die Pyramiden von Gizeh und der Sprawling Sahara mit der Ekstase in Ägypten. Schöne Palette. Wir haben die Mykonos Palette. Und auch die finde ich tatsächlich wirklich süß. Wir haben zwei matte und zwei schimmernde Farben hier mit drin. Wir haben die Iceland Palette. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Denn das sind alles so mehr oder weniger Schimmertöne. Wir haben zwei Töne, die einen leichten Schimmer mit drin haben. Und zwei Metallic Shades. Das sind alles Paletten, die mich so ein bisschen an Natasha Denona erinnern. Außer die hier, da hätte ich jetzt keinen Vergleich zu. Die Egypt Palette, die Camel Palette beispielsweise. Und die hier geht so ein bisschen in die... Ich blende sie euch ein. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Nichtsdestotrotz gab es aber auch eine Face Palette. Und da war ich eben, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Als ich sie online gesehen hatte, dachte ich, boah, krass, die große Palette. Oder sie ist auch fast so klein. Das ist die Tahiti Palette mit zwei Bronzern, ein Blush und ein Highlight. Und die probieren wir als erstes aus. Wie gesagt, ich freue mich tatsache, dass BH Cosmetics es als Markenname geschafft hat. Ich glaube, wir müssen da einfach jetzt die nächsten Wochen genauer hinschauen, was passiert mit der Marke. Jetzt ist sie ja wieder mehr oder weniger frei. Sie wurde aufgekauft. Und jetzt können wir einfach mal schauen, wie es ist. Ich weiß tatsache nicht, ob BH Cosmetics jetzt auch noch Mitarbeiterinnen in Deutschland hat. Ich glaube nicht. Falls ihr was wisst, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Wir probieren das Ganze jetzt aus. Die ist schon sehr, sehr klein. Also die Fännchen, da kannst du jetzt nicht mit einem großen Pinsel reingehen. Wir probieren es aber einfach mal. Die Farben fühlen sich sehr, sehr gut an. Ich bin ja auch sehr, sehr traurig, dass es BH Cosmetics so nicht mehr gibt, weil die Sachen waren wirklich gut. Gut, ich gehe jetzt mal in den Bronzer hier. Der sieht ein bisschen passender aus. Es ist schön kühl und extrem pigmentiert. Das ist eine sehr, sehr gute Farbe für einen Bronzer. Umso ärgerlicher. Das ist die perfekte Bronzerfarbe. Schön kühl, aber nicht zu kühl, sodass du auch wirklich so Braun-Tour machen kannst. Ich mag meine Base auch heute sehr, 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 sehr gerne. Tatsache, habe ich wieder die Make-Up bei Mario Foundation benutzt, habe aber die Perfect Match Nude Foundation mit reingemischt, wegen der Farbe. Und jetzt passt das perfekt. Also der Bronzer-Ton gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben aber noch den Blush und den... Ja, ich bin kein Fan von diesen kleinen Paletten. Das wisst ihr aber mittlerweile. Der hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Ich muss sagen, ich bin wirklich traurig, dass es BH nicht mehr gab, weil es natürlich für uns Creator natürlich auch einmal eine Marke war, die sehr international war und spannende Produkte rausgebracht hat. Und natürlich auch mit vielen Creatorinnen und Creatoren tolle Produkte wirklich... Ja, das sind ja schon Holy Grail Produkte rausgebracht hat. Und dadurch, dass die jetzt weg sind, fehlt natürlich uns auch so eine wichtige Marke im Content. Qualitativ kann ich hier wirklich nichts Negatives sagen. Ich gehe jetzt auch noch mal in den Highlighter. Das ist halt ein 2021er-Highlighter, ne? Ja, was soll ich sagen? Ist solide! Tatsache bin ich jetzt so ein bisschen nicht überfordert, aber ich bin mit der Intention daran gegangen an dieses Video, das sind jetzt Make-Up Revolution Produkte und ist die Qualität noch so wie bei BH Cosmetics. Ich habe mich da aber selbst einfach widerlegt und da stand online so auch nicht ersichtlich drauf, ist es jetzt Make-Up Revolution oder sind das noch Produkte von BH. Dafür, dass sie jetzt 2021, ja, anderthalb Jahre rumlagen, Puderprodukte werden nicht so schnell schlecht. Wo ich ein bisschen gespannt bin, bin ich beim Lippenprodukt. Das ist nämlich ebenfalls zu dem Zeitpunkt produziert worden. Ne, im September 2021. Aber es ist halt trotzdem schon ein paar Tage her. Schminken wir es auf den Augen. Die Iceland-Palette gefällt mir tatsächlich vom Aufblick her mehr als gedacht. Ich finde halt diese grauen und kühlen Schimmertöne sehr, sehr schön und die sind auch was Besonderes, ne? So dieses, die Egypt-Palette, die ist jetzt nicht unbedingt die Palette, wo ich sage, boah, haben wir noch nicht gehabt. Auf der anderen Seite, das Ziel der Travel-Paletten war es für mich auch immer so ein bisschen... Aua, das hasse ich hier. Diese Verpackung finde ich von den Farben halt her wirklich schön. Ich gehe jetzt hier einmal kurz rein. Wow, sehr, 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 sehr cremig. Super, super schimmrig. Oh, tolle Farbkombination. Das ist so eine Palette. Aber wir haben hier auch noch die Mykonos-Palette und auch die ist farblich echt schön. Das sind... Oh, das ist so schade. Es bricht mir das Herz. Ich hoffe, Make-Up Revolution macht es nicht kaputt. Deswegen eigentlich... Eigentlich doch, geht so ein bisschen auf das Video. Eigentlich haben wir Glück, dass die Sachen jetzt online gekommen sind, weil wir jetzt nochmal die Chance haben, BH Cosmetics Qualität zu kaufen, bevor dieser Shift passiert. Vielleicht passiert... Doch, der wird passieren. Der wird hundertprozentig passieren. Ich weiß es jetzt schon. Sehr, sehr schön. Ich möchte trotzdem aber einmal kurz in die Egypt-Palette reingehen, weil ich weiß, dass das für die meisten von euch etwas ist, wo sie sagen, boah, das ist süß. Das ist für den Preis echt gut. Und das kann das passendste Dupe zu einer Tasche Denona sein. Ich starte mit einem fluffigen Blende-Pinsel von mir und Letizia. Die gibt es auch tatsächlich online wieder. Also sie sind wieder da. Hat ein bisschen Kickback die Farbe. No joke jetzt. Kein Schnitt. Bin ich doof? Da kommt gar nichts ab gerade. Also mini, 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 mini mal. Okay. Die Farbe vielleicht nicht. Wir probieren mal diese hier. Ich nehme einen sauberen Pinsel. Where is the pigment? Kann ja nicht wahr sein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ne. Das ist das Problem, was ich probiere immer zu erklären. Gewünscht ist eine ganz, 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 ganz cleane Formulierung. Was völlig in Ordnung ist, verstehe ich total, ist auch wichtig, dass wir auf Inhaltsstoffe verzichten, die nicht in Make-up reingehören. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber manche Inhaltsstoffe hatten den Vorteil, dass sie das Produkt langlebiger machen und stabiler machen. Obviously ist hier nichts mehr an Stabilität da gewesen bei den beiden Farben jetzt. Ich probiere jetzt mal die dunkle Farbe. Da muss ja was runterkommen. Und wenn ihr jetzt sagt, das liegt an meiner Base. Freunde, ich mache meine Base seit fünf Jahren immer gleich. Ich benutze seit zwei Jahren denselben Concealer. Ja, erzähl mir nicht. Die sind nicht schlecht geworden, aber die haben sich verändert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die erste Farbe von dreien, die man wahrnimmt. Aber das ist... Nein. Wow. Der Emotionspegel hier ist wild. Ich will das jetzt nicht auf der anderen Seite machen. Ich muss jetzt noch ein paar andere Farben probieren. Okay, also die Matts bis jetzt eine Katastrophe gewesen. Ich probiere jetzt nochmal hier den Ton. Vielleicht ist der besser, weil der Schimmer mit drin hat. Damit niemand sagt, das liegt an meinem Pinsel. Ich nehme einen sauberen Pinsel. Gehe hier rein. Anderer Pinsel. Letzte Palette. Ich kündige. Das habe ich noch nie erlebt. Das tut mir so unfassbar leid gerade. Aber auf der einen Seite freue ich mich, dass... Ich habe es gekauft. Das ist mein Job. Ist okay. Gut, dass ihr es noch nicht gekauft habt. Ich hoffe es. Weil das ist... Also ganz ehrlich, die Schimmertöne... Ist okay. Ist schön. Alles fein. Aber im Schimmerton sind andere Inhaltsstoffe drin. Sind Öle mit drin, die das so cremig machen. Die Mykonos Palette ist vom Schimmer her sehr, sehr gut. Ich probiere jetzt nochmal den blauen Ton. Aber auch hier seht ihr, das ist nicht mehr das, was wir kennen. Und das liegt ganz hundertmilliardenprozentig daran, dass die Sachen jetzt ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang, wahrscheinlich falsch gelagert wurden. Nicht beaufsichtigt gelagert wurden. Ich probiere jetzt nochmal den blauen Ton. Einfach nicht gelagert. Also nicht richtig gelagert. Luftfeuchtigkeit zu hoch, Luftfeuchtigkeit zu trocken. Ich weiß es nicht. Aber das ist... Aber das ist nicht das, was wir kennen. Absolute Katastrophe. Gott, wann hatten wir das das letzte Mal? Schaut mal, wie... Fleckig. Du kriegst es nicht verblendet. Du kriegst es einfach nicht verblendet. Ich nehme einen sauberen Pinsel. Meine Güte. Es... Okay. Ich kapituliere mit den Lidschatten. Wisst ihr, was das Schlimmste ist für mich gerade? Und ich könnte wirklich heulen. Ich weiß, dass... Ich bin nicht der größte YouTuber. Aber ich weiß, dass ich eine sehr große... Ein sehr großes Sprachrohr habe für Drogerie-Produkte. Und ich bin... Das gab so viele Intentionen jetzt hinter diesem Video. Also ihr seht das, ne? Oder ihr habt es gesehen. Ich wollte eigentlich herausfinden, ist das schon Make-Up Revolution? Das konnte ich relativ schnell debunken, weil es steht einfach hinten drauf, dass es noch von BH Cosmetics produziert wurde. Aber dadurch, dass die Sachen jetzt anderthalb, fast zwei Jahre lang alt sind... Und... Und das ist mir wichtig, weil wenn... Wir müssten es eigentlich nochmal mit... Wobei, nee, das habe ich noch nie gehabt. Das muss an der falschen Lagerung gelegen haben. Oder an der... Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur ein schlechter Badge gewesen. Ich weiß es nicht. Die Qualität von BH Cosmetics war immer phänomenal. Und ich vermute auch, dass die Qualität dieser Produkte phänomenal gewesen wäre. Wenn sie richtig gelagert worden wäre. Weil das... Das Problem ist, die sind ja nicht richtig verschweißt, ne? Da ist ja zwar diese Folie drauf. Diese Folie liegt aber hier nur drauf. Das heißt, Luftfeuchtigkeit kann hier reinkommen und mit dem Produkt interagieren. Und wenn du viele, viele Schwankungen hast... Die Produkte wurden mit Sicherheit 10.000 Mal von A nach B geschifft. Von Taiwan einmal wahrscheinlich nach Buxtehude. Von Buxtehude dann zu BH Cosmetics. Von BH Cosmetics dann irgendwo erstmal zwischenzeitlich in ein Lager gepackt. Bei, weiß ich nicht, Storage irgendwas. Und dann wieder zu DM. Und das Schlimme ist, ich weiß, was das bedeutet für mich jetzt. Dass ich... Ihr müsst euch vorstellen. Ich bin das Zwischending zwischen euch, den Marken und den Retailern. Und ich sitze jetzt hier und sage, hier ist was massiv schiefgegangen. Und ich weiß, dass von euch zumindest, von vielleicht 100.000 Leuten, die Sachen vermutlich keiner mehr kaufen wird. Und das ist für mich das Schlimmste. Weil ich wirklich gehofft habe, BH Cosmetics und in dem Fall DM auch nochmal so einen richtigen Schmuzi hinterher zu geben. Mit richtig viel Liebe hinterher zu gehen und zu sagen, ey, gönnt euch. Ihr habt es gesehen am Anfang. Das ist, verstehe mich nicht falsch. Ich könnte jetzt hier vielleicht mit einem Lidschattenprimer noch ein bisschen was machen. Aber das ist nicht das, was wir kannten. Und wie wir mit den Produkten gearbeitet haben. Wisst ihr, was ich meine? Also hier, das ist ein süßer Look. Aber das geht heute nicht mehr durch mit dem, was wir wissen, wie es mal war. Wir haben noch ein Produkt. Und das ist das Nude Ego. Das ist ein Liquid Lipstick, glaube ich. Das ist hergestellt in 2021. Und also, was man erkennen kann, es hat sich so ein bisschen separiert. Das ist aber normal. Also das ist bis jetzt völlig normal. Es riecht auch noch gut. Wir probieren es jetzt mal aus. Ging 1A rauf. 1A. Sieht, wunderschöne Farbe. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Emotionen zu dieser Uhrzeit gefühlt. Ich habe jetzt noch mal ein paar Minuten gebraucht, um das für mich so ein bisschen zu verstehen. Und auch einordnen zu können. Ich weiß gerade nicht, ob ich dieses Video hochladen möchte. Auf der anderen Seite, nein. Ich muss es hochladen, weil es ist einfach meine Pflicht, wenn ich etwas herausfinde, was nicht funktioniert, es euch zu zeigen und zu sagen, lasst es. Mein Credo ist, ich teste Sachen, damit ihr euer Geld spart, wenn es nicht gut ist. Und in dem Fall ist das leider nicht gut. Der Liquid Lipstick fühlt sich super, super schön auf den Lippen an. Hat eine super schöne Farbe hinterlassen. Gar kein Problem. Wenn das euer Vibe ist, go get it. Die Lidschatten. Ich kann nicht sagen, holt euch die Produkte. Und das bricht mir das Herz, weil es in den letzten viereinhalb Jahren, die ich YouTube mache, es noch nie, noch nie vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, Finger weg von BH Cosmetics in dem Fall. Und das liegt nicht, und das ist mir wichtig, es nochmal zu betonen, auch für BH Cosmetics oder die von BH Cosmetics oder die von DM, die das sehen. Das ist nicht eure Schuld. Kleiner Nachtrag, Freunde. Ich habe jetzt hier gerade nochmal Insta-Stories gemacht und so und darüber nachgedacht. Wenn dem so ist, wie ich vermute, mit der falschen Lagerung, dann ist das die Schuld. Und nein, und die Produkte, die gehören ja jetzt Make-Up Revolution, ist das die Schuld von Make-Up Revolution und von niemand anderem. Weil sie die Produkte nicht getestet haben, sondern nur die Qualität, äh, weil nur den Profit der Produkte haben wollen. Ich gehe dem etwas nach. Wenn ihr weitere Infos dazu haben wollt, hüpft zu Instagram oder TikTok vorbei, da kann ich einfach schnell mit euch reden. Kleiner Gedankengang, ist es die Schuld von... Ist es die Schuld von Revolution? Fragezeichen. Das ist die Schuld, oder das ist geschuldet durch die Insolvenz, durch die, ich vermute, falsche Lagerung, durch diese lange, lange Zeit, die die Produkte falsch gelagert in irgendeiner Halle gelegen haben. Und einfach... Und das ist unser Problem, was wir gefordert haben. Wir haben gefordert, ne... Cleanere Formulierung. Und cleaner heißt, dass die Produkte nicht so stabil sind. Und dann passiert genau das. Und das ist... Ärgerlich. Und ich hoffe, dass es keinen Ärger gibt, aber ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich bin sehr, sehr gespannt, was... Was ihr dazu sagt. Ähm, wie eure Meinung dazu ist. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf.